Leute willkommen zurück wir machen jetzt diese Rau und sicherlich ganz ganz viele Ritterwarten sammeln wir gehen nicht viele viele Ritter ja hier ist uns gemetzelt ich muss erst mal sehen zweiter kann ihr seht er war sofort tot das heißt ich habe das viel größere Schwert viel stärkeres Schwert ich habe da hinten Schwert wo ich mein Schwert einstecken kann das Geronenschwert haben wir jetzt noch mal der muss sich wieder umdrehen wo muss ich umdrehen und ich muss ihn dann von hinten die Rüstung wegschlagen ja ich will mich im Knie anschleichen da muss ich besודע das ist aber noch nicht und wahrscheinlich bekommen die Räder den Rass das ist wichtig ich muss ja weh mal alle gewachsen haben das habe ich ein Problem mit dem ich bekomme sonst keine 10 mehr ja das ist wichtig ich habe damals 1 nicht so gesammelt also heißt ich habe 1 nicht gesammelt weil ich halt nicht noch was kann ich öffnen das ist von dir wie ist die Kette hier das sind die auf jeden Fall und hier das ich bin die 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 und ich war nicht ich muss sich und das muss alle gehen wir sind oder muss ich das ja machen ja es ist gar nicht so wie ich mich raus Ja, toll. Zwei nicht auf einmal, oder was? Boah, leck mich doch. Leck mich doch. Das war gut. Das war sehr gut. Die hauen sich jetzt selber. Nicht dumm. Ich muss die Power auf die Rüstung hauen. Und irgendwann verliert er sie dann seine Rüstung, ja? Ich muss die Power auf die Rüstung hauen. Gib mir doch. Lass mich gehen. Bin ich gar nicht lauter, denn es ist viel spät. Ich muss so tun, dass er... So geht, dass ich in die Rüstung abhauen kann, ja? Und er wieder den Rücken zudreht. So geht, dass ich in die Rüstung. So geht, wie das hier, aber hier? Die sind auch die Karate-Techniker, Leute. Das ist alles da oben, nein, 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 Boomerang, 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 Schnell, Schnell, Schnell. Nein, ich habe nicht bekommen. Leute, Scheiße. Wir schauen, Leute, ich habe nicht mehr gelogen, aber das mache ich nicht so. Das ist die interessante Geschichte. ja aber der ich will das war ja zum recht leicht zu mir echt leider ich will mit der wappen haben ja ich brauche alles ich brauche zu ziehen wir können nämlich genau zehn wenn ich wenn ich nun kommen nicht genau zehn wenn ich ein bitte töten alles sammeln wenn er umgegangen hat dass dafür also das war jetzt fein das war richtig fein leute ich werde noch mal was ich werde noch mal reingehen das müssen wir abkommen und den noch mal machen ja blablabla zu lesen und wenn wir das sind haben dass das ist das schwert habe ich das schwert oder habt nein äh dann ähm werden wir auf jeden fall speichern ja falls es wieder passieren dass ich wieder das dritte wappen nicht bekomme es gibt in diesem spiel wirklich nur zehn dritte wappen es gibt maximal nur zehn von diesen wappen ja glaube ich zumindest ich weiß dass ich wenn ich bei garland war also wenn ich dann durch kann dann komme ich ja zu garne und zu garne und ich weiß dass da dann noch mal ein ritter ist ja auf dem weg dorthin ja aber ich glaube dass es ein ganzes spiel und zehn dritter wappen gibt maximal ja das ist dann gibt es nur in schatztruhen oder wie sind wir da aber es gibt es die glaube ich ich weiß nicht Leute wir wissen wir haben sehr selten also wir müssen sich alles sammeln ich glaube ich ich glaube dass sie auch das schacht haben sie drei wir sehen post das ist auch mal gut weil ich meine Weil ich auch schon wieder auf dem Kunde krumm hatte... Es ist ja vorne, ja, keine Ahnung... Das war schon eben so einiges! какие krumm nicht so lange. Ich hab jetzt schon gesehen, aber ich kann's auch nicht ändern. Respektweis, wenn du nicht gedacht hast, dass du das durchschaust. Begrüge dir das Schwert, was vorliegt. Ich werde mir den Ganon vor allem, dass er nicht verbannt werden kann. Das macht's schon. Untertitelung des ZDF, 2020 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 und ein weiteres Spiel heute auf jeden Fall und dann bleibt nur noch zu sagen, bleibt nur noch zu sagen, das Video nicht vergessen, ihr müsst das Video kommentieren, teilen auf Twitter, Facebook und mich abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.